Stuhlin-Kontinenz, Fäkale-Inkontinenz, Fee Der unfreiwillige Verlust des Darm-Inhalts wird als Stuhlin-Kontinenz, auch Fäkale-Inkontinenz gleich Fee, bezeichnet, zur falschen Zeit am falschen Ort. Der Schweregrad reicht von geringer Verschmutzung der Unterwäsche bis hin zum Abgang von Winden mit flüssigem, breigem oder festem Stuhl. Stuhlin-Kontinenz tritt häufiger auf, als man annehmen möchte. 5% der Menschen, die im Berufsalltag stehen, sind davon betroffen. In Altersheimen ist die Zahl der Betroffenen um einiges höher. Bedingt durch anatomische Gegebenheiten und den Zusammenhang mit Geburten kommt die Stuhlin-Kontinenz bei Frauen wesentlich häufiger vor als bei Männern, Verhältnis 9.1. In Wien leiden beispielsweise 75.000 Menschen an diesem Problem. Menschen, die von Stuhlin-Kontinenz betroffen sind, haben einen sehr hohen Leidensdruck, da der Zeitpunkt des Stuhlverlusts nicht vorhersehbar ist. Dadurch ist jeder Tag von Angst überschattet, selbst dann, wenn Episoden von Stuhlin-Kontinenz nur selten auftreten. Die Betroffenen ziehen sich zurück und bleiben am liebsten zu Hause, sie machen nur die nötigsten Besorgungen, gehen nicht zu Einladungen, Veranstaltungen, in Restaurants und teilen sich auch ihre Umgebung, Verwandte, Freunde, nicht mit. Sie trauen sich oft auch nicht, ihr Problem mit dem Arzt zu besprechen. Medizinische Hilfe ist aber durchaus möglich und in den meisten Fällen erfolgreich. Ursachen für Stuhlin-Kontinenz Es gibt eine Reihe von Ursachen für Stuhlin-Kontinenz. Das Kontinenzorgan Anurektum besteht aus dem Mastbedarm gleich Rektum, als Reservoir und dem Schließmuskelapparat gleich Sphinkter, welcher den Anarkanal umgibt. Jede dieser Komponenten oder auch beide gemeinsam können im Laufe des Lebens eine Schädigung erfahren. Fälle von angeboreneren Kontinenz, z.B. aufgrund von Missbildungen, sind selten. Dieser Artikel befasst sich mit der erworbenen Inkontinenz bei Erwachsenen. Hinzu kommen Änderungen der Stuhlkonsistenz, natürlich in Richtung weicher schrägstrich flüssiger Stuhl. Schließmuskelschwäche und Defekt, dies sind die häufigsten Ursachen für Stuhlin-Kontinenz und treten mit zunehmendem Alter gehäuft auf. Die klassische Entwicklung einer Stuhlin-Kontinenz bei Frauen, die geboren haben, verläuft folgendermaßen, bei nicht wenigen natürlichen Geburten, 35%, bei Zangen-Geburten sogar 80%, kommt es zu oft unbemerkten Einrissen, Defekten, der Schließmuskulatur. Diese werden bei der jungen Frau üblicherweise lange Zeit kompensiert. Erst wenn der Sphinkter im Zuge des normalen Alterungsprozesses degeneriert, führen Defekt und Schwäche zur Inkontinenz. Diese manifestiert sich allmählich, an die Geburten als mögliche Ursache denkt man natürlich nicht. Damit ist die Inkontinenz nur peinlich, wird mit falschem Schamgefühl verbunden und daher tabuisiert. Unabhängig vom Alter ist eine Schwäche der Beckenbodenmuskulatur meist bedingt durch eine Störung ihrer Renovationen, Nervenversorgung, als Folge von neurologischen Erkrankungen, Wirbelsäulenproblemen und dem Zug an Beckennerven bei Geburten. Schließmuskeldefekte können auch durch anale Operationen hervorgerufen werden, die sogenannten Pfählungsverletzungen sind extrem selten. Manchmal entwickelt sich ein Rektumprolaps, Mastbedarmverfall. Das bedeutet, dass sich der Mastbedarm aus seiner ursprünglichen Position verschiebt und aus dem Anis heraustritt. Verlust der Reservorfunktion des Mastbedarms, die Darmverengung durch einen Tumor oder die Verkleinerung des Rektums nach einer Operation, zum Beispiel Resektion wegen Karzinom, geht mit häufigeren Entleerungen eines zu wenig eingedickten Stuhls einher, der dann eben auch eher verloren wird. Durchfall, die AÖ, insbesondere aufgrund von Nahrungsmittelunverträglichkeiten, zum Beispiel Milchzuckerunverträglichkeit, seltener bei chronischen Darmerkrankungen, kommt es vermehrt zu flüssigem Stuhl. Dieser kann von einem gesunden Schließmuskel nicht immer zurückgehalten werden, noch weniger von einem schwachen oder defekten Muskel. Fehlfunktion im Alter Im Alter kommt es vermehrt zu Stuhlinkontinenz aufgrund geistiger und körperlicher Abbauprozesse. Alte Menschen verspüren zwar einen Stuhldrang, können diesen aber nicht immer unterdrücken. Aufgrund von Gehstörungen, der Fortbewegung mit Krücken oder Rollstuhl sowie anderen Erkrankungen kann oftmals die Toilette nicht mehr rechtzeitig erreicht werden. Diagnostik Der Weg zur Abklärung dauert oft sehr lange. Viel Betroffene weigern sich aus Scham und Angst, über dieses Thema zu sprechen. Wenn man sich jedoch in die Hände von erfahrenen Ärzten gibt, kann die Diagnostik relativ rasch erfolgen und im Anschluss eine sinnvolle Therapie besprochen werden. Zuerst wird der Arzt die Vorgeschichte des Patienten erheben und mit ihm über die genaue Problematik sprechen. Das Stuhlverhalten wird erörtert. Beginnen Sie etwa zwei Wochen vor dem Arzt, ein Tagebuch über Ihre Toilettengewohnheiten zu führen. Wie oft am Tag haben Sie Stuhlabgang? Wie oft müssen Sie sich beeilen, um rechtzeitig zur Toilette zu kommen? Wie oft haben Sie unkontrollierten Stuhlabgang, weil Sie den Abgang nicht lange genug verzögern konnten? Wie oft geht Stuhl unkontrolliert ab, ohne dass Sie es spüren? Tragen Sie Einlagen-Windeln? Sind Ihre Unterwäsche bzw. Ihre Einlagen verschmutzt? Hindert Sie Ihre Stuhlinkontinenz daran, normalen Alltagstätigkeiten nachzugehen, wie beispielsweise die Wohnung zu verlassen oder einkaufen zu gehen? Wie ist die Konsistenz Ihres Stuhls? Überwiegend fest, weich, flüssig? Ein offenes Gespräch mit Ihrem Arzt ist der erste Schritt zur Identifizierung des Problems und kann wesentlich zur Lösung beitragen. Danach folgt die klinische Untersuchung. Um den Schließmuskel und den Mastbedarm beurteilen zu können, erfolgt eine behutsame Ausdastung dieser Körperregion. Mit einer minus übrigens überhaupt nicht schmerzhaften Rektoskopie-Gleichspiegelung des Mastarms, werden Tumoren als, seltene, Ursache für eine Stuhlinkontinenz ausgeschlossen. Einige andere Untersuchungen folgen, um die Schwäche des Schließmuskels zu objektivieren und eine geeignete Therapie anleiten zu können. Mit der sogenannten Sphinctermanometrie werden die Druckwerte im Analg-Anal gemessen und der analer Ultraschall dient dazu, Substanzdefekte des Muskels zu erkennen. Diese Untersuchungen werden mit dünnen Sondenambulanz durchgeführt und auch sie verursachen in der Regel keine Schmerzen. Therapie der Stuhlinkontinenz Nachdem die entsprechenden Untersuchungen durchgeführt worden sind, wird für jeden Patienten ein individuelles Therapiekonzept erstellt. Zumeist wird eine konservative Therapie eingeleitet. Diese muss nur in ca. 20% der Fälle durch chirurgische oder interventionelle Maßnahmen ergänzt werden. Konservative Therapie, die Kräftigung der Beckenbodenmuskulatur ist eine wesentliche Voraussetzung für eine Kontinenzverbesserung. Die Beckenbodengymnastik gleich Sphincter-Training, soll am besten unter Anleitung spezialisierter Physiotherapeutinnen durchgeführt werden. Eine weitere konservative Maßnahme ist die Eindickung des Stuhls, da dickbreiger oder geformter Darminhalt nicht so leicht verloren geht wie flüssiger Stuhl. Dies kann neben Medikamenten auch durch dietische Maßnahmen erreicht werden, wie Reis, geschabte Apfel oder zerdrückte Bananen. Der Darm kann des Weiteren ein bis mehrmals täglich gezielt mit milden Abführzöpfchen entleert werden, die in der Regel binnen 10 bis 20 Minuten wirken. So kann man dem überraschenden Verlust von Stuhl vorbeugen. Operative Therapie, neben der konservativen Therapie finden, wie bereits erwähnt, manchmal auch chirurgische Verfahren Anwendung. Aber auch hier muss ein operatives Ergebnis durch eine konservative Therapie unterstützt werden. Die Durchführung von Operationen im Beckenbodenbereich sollte in chirurgischen Zentren erfolgen, die Expertise auf diesem Gebiet vorweisen können. Die am häufigsten angewandte Methode ist die Operation, bei der die Schließmuskulatur so gut wie möglich wiederhergestellt wird. Dies geschieht durch Wiedervereinigung von Muskelstümpfen oder Raffung noch vorhandener, aber schwacher Muskelbündel. Diese Operationen werden vom Anus her durchgeführt, das heißt ohne Bauchschnitt, und sind daher wenig belastend. Bei einem Rektumprolaps wird der Mastbedarm am Kreuzbein im kleinen Becken fixiert. Mediziner bezeichnen diesen Eingriff als transabdominelle Rektopexie. Diese Operation wird zumeist laparoskopisch durchgeführt, das heißt ohne großen Schnitt. In seltenen Fällen wird der Schließmuskel durch einen Skelettmuskel, vom Bein, ersetzt. Ein künstlicher Schließmuskel befindet sich ebenso wie ein sogenanntes Analband aus Kunststoff noch im Erprobungsstadium. Eine Methode hingegen, die sich zunehmend bewährt, ist die Sakralnervenstimulation oder Neuromodulation, SNM. Dabei werden Elektroden in die Nervenwurzeln eingebracht, die das Zusammenziehen des äußeren Schließmuskels bewirken und mit einem unter der Haut befindlichen Schrimacher verbunden sind. Der dazu nötige Eingriff verläuft zumeist komplikationsfrei. Ambulant und schmerzlos können auch Substanzen unter die Haut des Analkanals injiziert werden, sogenannte Bulking Agents, die im Gewebe verbleiben und den Analkanal verengen. Sollten alle diese Möglichkeiten versagen, was sehr selten vorkommt minus, kann man einen künstlichen Darmausgang, ein Stoma, anlegen, das gegebenenfalls wieder rückoperiert werden kann. Diese Behandlungsoption sollte jedoch erst nach reiflicher Überlegung diskutiert werden. Weitere Informationen zum Thema Stuhlinkontinenz finden Sie auf der Homepage der Medizinischen Kontinenzgesellschaft Österreichs. Das Beratungsstelefon steht Ihnen unter der Nummer 0810-1455 zur Verfügung.